Ja, Leute! Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin gerade erst aufgestanden, ich bin super fertig und wir sind gerade mal bei Tag 1 und wir werden jetzt mal die Annie weggen gehen. Die schläft nämlich noch. Ey, du Schlafbütze! So sieht Müdigkeit aus. Ich will nicht schlafen. Nein, wir wollen frühstücken! Na gut. Du weißt das nur noch nicht, aber tief in deinem Inneren möchtest du frühstücken. Das war Joko. Frühstücken ist dein Kind. Erster Gang, Frühstück. Bist du zufrieden mit der Auswahl? Es gab keine Auswahl, aber ich bin zu müde, um darüber nachzudenken. Jetzt geht's gleich los! Das heißt, Joko ist schon zum 8. Mal auf Klo. Immer noch im Hotel. Aber es geht voran. Ich habe Angst um meine Waffe. Die Waffe. Die Waffe, die aus einer Gardinenstange besteht. Du lüftest gerade das Geheimnis. Stimmt, ich lüfte das Geheimnis. Und wir haben 2 Tage dran gebastelt, ne? Ja. Und dafür sieht sie echt gut aus. Und nur so billig gebastelt. Ich meine, es war jetzt nichts teures. Fimo. Das ganze Cosplay besteht zu 90% aus doppelseitigem Klebeband, Fimo und Krabband. Und Sicherheitsnadel. Wir sind da. Und es ist wesentlich mehr los wie gestern. Wesentlich. Aber nur wesentlich. Und es ist warm. Um Gottes Willen. Hast du mir ein Foto von dieser Wand? Wir stehen immer noch in der Schlange. Aber wir haben es fast geschafft. Oh Gott, ich habe gesoomt. Drummers, ihr Close-Up oder was? Hier so. ETF. Wir beschützen die Torte. Wir sind drin. Endlich. Trinken. Oh Gott. Jetzt. Kannst du dich freuen. Ja. Ich finde es größer. Jetzt gibt's Kuchen. Oh Gott. Mit Messer und es darf keiner sehen. Wo verstecke ich mein Stiebchen? In den Boden. Warte, ich kann es doch auch machen. Wie geht das auch? Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden. Tata. 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 Ich stelle den erstmal hier unten hin. Kuchen. Oh Gott. Sehr gut. Wie geht die Video bei warmgebenem Kuchen? Ja. Der Kuchen hat auch ein Kübel. Schlecht ein Stück. Ein Kübel. Ein Stück. Ja. Und dabei. Total verfressen. Das ist der Kuchen ever. Ja. Guck dir an die Kübel. Oh mein Gott. Jetzt auf der Suche für diejenigen, die Kuchen wollen. Kuchen. Möchte noch jemand Kuchen haben? Wir haben drei Stücke zu verschenken. Wir haben drei Stücke. Wir haben drei Stücke. Das ist so Cremetorte mit Erdbeeren, weil wir wollen den Plastikbehälter wegkriegen. Und da ist ein Korn drauf. Kuchen. Schauen wir mal Kuchen. Okay. Wir machen hier Mates ohne Mates zu sein. Ja. Zwei Stück. Ja. Ja. Oh Gott ist das hier warm. Das ist echt. Jetzt geht's rein. Ja. Es ist greifbar. Ja. Wir sind drin. Es ist verdammt voll. Hi. Hi. Und jetzt geht erstmal in Studio zu der Auktion. Und ja. Wir melden uns nochmal. Aber egal. Wasser steigern. Wenn ich Geld hätte. Ich versteigere mich. Ich will voll Mechel. Ich will voll Mechel. Madoka sortiert sich noch. Möchtest du Wasser steigern? Nein. Nein. Ich hab zu wenig Geld dafür. Glaube ich. Mal gucken. Ich glaube auch. Mal gucken für wie viel das weg ist. Ja. 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 Ein herzliches Willkommen zu Animagic 2014. So viel habe ich nicht. Ja, danke. Mit unserer großen Charity Auktion an in diesem Jahr. Und wir haben hierfür wieder alle möglichen Sachen aus dem Animani Archiv rausgekramt. Wie viele schöne signierte Stücke. Und ja. Was soll ich damit reden? Ja. 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 Na dann, alle 50 Euro. Ja. 80 Euro sind geboten. Ja. Das ist so großartig. Ich meine, was ich komme ja an. Ja. Es war nicht so großartig. Jemand, das ist wirklich's. Ja. 90 Euro. Ja. Ja. Ah, wir kommen noch auf 100. 90 Euro sind geboten. Wer bietet 95? 95 Euro, jemand? Keine? Ah, okay, 95. Und jetzt machen wir es rund, oder? 100 Euro sind geboten. Wer bietet mehr als 100 Euro? Wer geht höher? Wer geht 105 Euro? Ansonsten sage ich 100 Euro zum Ersten, 100 Euro zum Reiten und 100 Euro zum Retten. Herzlichen Glückwunsch. Danke, liebe Damen und Herren, auch aus dem letzten Jahr. Wir hatten uns als Ehrengast hier, hat er uns da gelassen. Und wir können das jetzt ersteigern. Soll ich den Mindestcode vorlesen? Ich mach mal 15 Euro. Wer bietet 50? 30. 30. 50 Euro. 55. 80. 100. 110. 120. 150. 150. Das ist die... 132 Euro. Mein Akku ist fast leer. 250. Wahnsinn. Willst du mit meiner Wette fest? Noch? Nimm sie auf. 250 Euro sind geboten. Wer bietet mehr als 250 Euro? Bitte? 280. 280. 320 Euro. Das Blatt der Chikishi. Das Blatt der Chikishi. 21. 20 zum? Wie geht es? Erste? 340. 340 Euro. 43.000 Euro für das Blatt der Chikishi. Wem ist das Blatt der Chikishi vielleicht 350 wert? Es geht ihm auf 350, ansonsten sind wir bei 350. Höre ich? 360. Wer geht auf 360? 360 Euro? Wer bietet mehr als 360? 400 Euro! 400 Euro! 420 Euro! 420 Euro! 420 Euro! 420 Euro! 420 Euro! Wer bietet mehr als 360? 420 Euro! 420 Euro! Hattet ihr mir sowas gedacht? 420 Euro! 420 Euro! Erste? 420 Euro! 2. Und 420 Euro! 420 Euro! Herzen Sie Vorschläge! Ein Strafgebot für dieses gute Stück sind 15 Euro! Wer bietet 15? 15? några rul allows mano? Wie viel? Zwanzig? Fünfzig? 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 Sechzig? 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 Achtzig? Achtzig? Wer bietet mehr als hundertfünfzig? Hundertsechzig? Hundertsiebzig? Geht jemand auf hundertfünffünfzig? Wir sind bei hundertsiebzig Euro für das Samurai Sashikishi. Hundertsiebzig Euro. 110? Okay. 220? Bist du mehr? 230? Oder? Wir sind bei 220? Also, wir wären bei 220 Euro für das Samurai Sashikishi. Vielleicht möchte da jemand anderes noch einschlagen bei 220 Euro. Irgendjemand Adresse? Ansonsten 220 Euro zum ersten und 222 zum dritten. Herzlichen Glückwunsch. Aktiona, vollkreis. Ich habe nicht mehr Versteiger. Ich auch nicht. Du leider auch nicht. Es tut mir leid. Jetzt werden wir Frustkauf machen im Händlerraum. Was ist das? Ja, das ist ein paar Händlerraum. Ja. Herzlich willkommen. Hier bist du, Ratsch. Jetzt habe ich mir noch Aktiona, wir wissen, dass ich mich verletzt habe. Ich bin ja auch nicht immer. Das ist ein paar Händlerraum für Sashikis. Das müssen wir uns bei der Sashikis�ik. So viel Interesse machen. Da ist eine solche Arschikis. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020